Yo Leute was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Tutorial. Heute zeige ich euch wie man ein Tennisfeld bauen kann und ich würde sagen wir fangen auch direkt an mit dem Tutorial. Und zwar benutze ich erstmal für die Linien quasi, benutze ich Smooth Quartz und für das Feld innen drin benutze ich dann den Smooth Red Sandstone. Und ich würde sagen wir fangen erstmal mit den Linien an, das ist nämlich das einfachste. Und dann platzieren wir erstmal hier so zwei Blöcke und dann insgesamt ein Zwischenraum der zwei Blöcke groß ist. Das machen wir dann hier später noch ein bisschen länger, aber ich zeige euch jetzt erstmal die Konturen quasi. Danach machen wir nochmal drei Blöcke, gehen wieder ein nach oben, machen nochmal drei Blöcke, gehen wieder ein nach oben und wieder zwei. Diese Linie hier können wir jetzt schon mal theoretisch länger machen, diese hier auch. Diesen Punkt lassen wir aber so, hier ist dann so der Mittelpunkt quasi. Und die hier können dann auch wieder länger. Und zwar insgesamt machen wir diesen hier sechs Blöcke lang, das bedeutet eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke lang. Und dann gehen wir hier noch hier rüber und verbinden das mit diesem hier. Dann haben wir schon mal das erste Viereck quasi und die hier gehen allerdings noch ein bisschen weiter. Und zwar machen wir jetzt hier erstmal insgesamt eine Strecke, die elf Blöcke lang ist. Das bedeutet eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Blöcke lang. Dann gehen wir nach hier und verbinden das mit dieser Kante hier quasi. So. Und dann können wir theoretisch das Ganze nochmal gespiegelt auf dieser Seite auch nochmal machen. Das bedeutet, hier kommt jetzt auch wieder insgesamt sechs Blöcke. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dann geht das hier wieder in die Mitte und zu dieser Linie. So. Und dann machen wir hier den Mittelpunkt hin. Und dann wieder zu jeder anderen Seite zwei Blöcke. Und dann kommt da eine Linie, die wir dann auch nochmal schnell verbinden. Dann haben wir schon mal die Linien soweit fertig. Und das ist eigentlich schon das Schwierigste, finde ich. Den Rest kann man eigentlich ziemlich einfach machen. So. Und dann zeige ich euch das Ganze gleich nochmal von oben, wenn ich damit fertig bin. Hier nochmal die letzte Linie schnell verbinden. Und dann haben wir das Ganze auch schon geschafft. So. Und jetzt zeige ich es euch mal von oben. So sollte es dann im besten Fall aussehen. Beziehungsweise machen wir jetzt natürlich noch das Netz. Und zwar suchen wir uns erstmal den Mittelpunkt. Das bedeutet, das sind ja elf Blöcke. Also ist der sechste Block der Mittelpunkt. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, dieser Block hier. Und dann gehen wir bei diesem Block hier die Linie lang bis zum Rand. Wir platzieren da dann einmal ein Mauerstück aus Andesit. Und machen da oben drauf einen polierten Andesit. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Das sind dann so die Stangen quasi, wo dann das Netz dran ist. Was wir dann auch da oben drauf machen, ist ein Steinknopf. Und dann hätten wir das schon mal soweit. Als Netz kann man jetzt zwei verschiedene Sachen benutzen. Und zwar benutze ich nämlich am liebsten eigentlich das weiße Glas. Beziehungsweise weiße Glasscheiben. Man könnte allerdings auch Spinnweben benutzen. Die finde ich sehen auch ganz cool aus. Und so ein bisschen netziger. Aber das habe ich eben früher mal gemacht. Und heutzutage will ich mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Dann nehme ich dementsprechend die weißen Glasscheiben. Das nehme ich hier dann auch nochmal. So. Ist natürlich ein bisschen duftig zu platzieren. Aber wenn man es erstmal raus hat, geht das. Das Ganze sollte ich dann in etwa so aussehen. Und was wir jetzt noch mit dem roten smoothen Sensor quasi machen, ist einmal hier alles ausfüllen, was jetzt innerhalb von diesen Linien ist. Also bedeutet, das ganze Gras, das ganze Gras, das ganze Gras, das ganze Gras und das ganze Gras hier schnell mal austauschen. Und ich würde sagen, das schneide ich euch einmal. Das Ganze sollte dann in etwa so aussehen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich noch ein paar extra Linien quasi einmal drumherum ziehen mit dem roten Sandstein. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Aber lasse ich jetzt in diesem Fall mal einfach aus Zeitgründen. Was natürlich allerdings noch fehlt, sind ein paar Tribünen. Und wie man die baut, zeige ich euch auch sofort, wenn ich das hier wieder gefixt habe. Und zwar benutzen wir dafür Holz. Und zwar nehmen wir dafür einmal das dunkle Holz, beziehungsweise das Fichtenholz und einmal das richtig dunkle Holz, also das Dark Oak oder Dunkeleiche, glaube ich heißt das auf Deutsch, irgendwie sowas. Und davon dann auch die jeweiligen Treppenstufen. Und außerdem benutzen wir auch noch die ganz normalen Falltüren. Was wir dann machen, ist, wir gehen zu dieser Linie hier und gehen dann einfach mal auf diese Seite und gehen dann, ich nehme mal fünf Blöcke Abstand, also von der Linie aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke Abstand. Und dann den nächsten Block, da stellen wir jetzt eine helle Stufe quasi hin und links und rechts jeweils zwei daneben. Dann platzieren wir hinten von der anderen Seite nochmal Fallschrum darauf Treppen. Machen dann wieder ganz normale Treppen. Dann das Ganze nochmal Fallschrum und nochmal normale Treppen rauf, dass das insgesamt quasi drei Blöcke hoch ist. Was wir dennoch machen, ist, wir platzieren hier einen ganzen Block mit dem dunklen Holz und da auch. Das Ganze machen wir hier auch nochmal. So, und dann platzieren wir hier oben drauf eine Treppe, da oben drauf eine Treppe und da oben drauf eine Treppe. Das Ganze hier auch nochmal und dann hier in diesen Zwischenraum nochmal eine umgedrehte. Das sollte ungefähr so aussehen. Was wir dennoch machen, ist, wir machen hier oben eine Reihe mit den Falltüren, so. Und dann machen wir da oben auf die Falltüren drauf nochmal Falltüren. Dabei müsst ihr dann Shift und Rechtsklick klicken, damit das eben so rumgeht. Und dann klappen wir die alle auf. Das sollte dann in etwa so aussehen. Das Ganze machen wir nochmal und zwar bei dieser Linie hier. Das bedeutet, wir gehen wieder zu der Linie, gehen dann wieder eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke weg. Wir machen das Gleiche dann nochmal. Ihr könnt es natürlich aber auch größer oder kleiner machen, je nachdem wie ihr möchtet. Oder eben gar keine Tribüne bauen. Ich habe zum Beispiel von unserem Server so einen Tischtennisplatz quasi, äh, Tischtennisplatz, so einen Tennisplatz quasi in den Garten gebaut. Und da würde natürlich eine Tribüne irgendwie komisch aussehen. Deswegen habe ich dann eine ganz kleine gebaut. Aber wenn ihr zum Beispiel eine große Tennisarena bauen möchtet, dann solltet ihr natürlich sehr viel mehr Tribünen machen. Das ist natürlich ganz euch überlassen, wie ihr es haben möchtet. Und wenn wir das hier dann fertig haben, dann ist soweit eigentlich das meiste auch schon fertig. Es gibt natürlich noch so ein paar Sachen, die man dann machen könnte. Zum Beispiel könnt ihr auch eine Halle drumherum bauen und dann habt ihr so ein Hallenfeld quasi. Oder was es natürlich auch oft gibt, sind so mehrere Tennisfelder nebeneinander. Sieht natürlich auch ziemlich cool aus, aber ich denke, das sollte erstmal so als Inspiration am Anfang reichen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal gerne Hashtag Tennis in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Tennisfeld. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.